In diesem Video geht es um die besten Stabmixer. Der Qualitätssieger in unserem Stabmixer-Test geht an den Krups HZ 6568. Mit diesem Stabmixer von Krups genießen Sie optimale Kraft ohne Aufwand. Seine exklusive Povellix-Technologie in Kombination mit einem leistungsstarken 1000 Watt Motor sorgt für eine leistungsstärke Mischung und unglaublich geschmeidige Ergebnisse selbst bei härtesten Zutaten. Neue Povellix-Messertechnologie, für eine bis zu 30% schnellere Leistung selbst bei härtesten Zutaten. Weicher, rutschfester Griff für noch mehr Komfort und Kontrolle. Umfangreiches Zubehör für noch mehr Rezeptauswahl. Schneebesen, Zerkleinerer und Mixbecher. So viel Power und Qualität vereint in einem Gerät das Zitat von Steffen Henssler. 1000 Watt Motor für müheloses Mischen und maximale Leistung. Durch die spiralförmige Wirbelwirkung werden Zutaten in die rasiermesserscharfen Klingen gezogen. Der Edelstahlfuß ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet, über ein robustes und langlebiges Design, eine mühelose Reinigung für mehr Komfort. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der WMF Kult X. Der Kult X Stepmix sieht nicht nur gut aus, er lässt auch bei der Ausstattung keine Wünsche offen. Kürierstab aus Chromagan, WMF Perfect Cut mit vierflügeligem Edelstahlmesser, leistungsstarker 700 Watt Motor, variable Geschwindigkeitseinstellung und blaue LED-Beleuchtung. Verblüffend einfach zu bedienen und so schlank, dass er in jede Schublade passt. Ein pürierender Alleskönner, der die Arbeit in der Küche enorm erleichtert. Im Nu entstehen cremige Suppen, vitaminreiche Smoothies, sämige Soßen und Dips. Mit variablen Geschwindigkeitsstufen und kraftvollen 700 Watt ist die perfekte Konsistenz gesichert. Den Rest erledigt die WMF Perfect Cut Technologie. Durch dem abnehmbaren Pürierstab gelingt eine einfache Reinigung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Stabmixer-Test ist das Arendo 1000 Watt Modell. Der 1000 Watt Stabmixer püriert, was ihm unter das vierflügelige Messer kommt Obst und Gemüse, Nüsse, sogar gefrorenes wird im Handumdrehen zerkleinert. Bei gedrückter Taste 1 können Sie die Geschwindigkeit stufenlos am Regler auf der Oberseite des Mixers einstellen. So lassen sich Brotaufstriche und Babynahrung pürieren, leckere Smoothies zubereiten und vieles mehr. Mit der Turbo-Taste 2 steht Ihnen sofort die Maximalleistung von 1000 Watt zur Verfügung und diese hat es in sich. Bei voller Leistung den Handmixer bitte nicht länger als eine Minute betreiben und anschließend abkühlen lassen. Für die schnelle Reinigung kann der Mixfuß abgenommen und in der Spülmaschine gesäubert werden. Der Leistungsstärke Arendo Stabmixer ist ein Universalhelfer in jeder Küche. Bitte sicher aufbewahren und nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Falls dir das Video gefallen hat würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.